Musik 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 Nazis? Wir sind doch keine Nazis! Wir sind doch immer gegen den Faschismus gewesen! Musik 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 Orte, wo das Leben erst losging, wenn die Arschkei, wenn die den Foguhilas schon besoffen in der Haie lag. Dann ging die Sonne zum letzten Mal unter über dem ersten Arbeiter- und Bauernstaat auf deutschem Boden. Dem kleinen Scheißland. Ja, aber dass er dann doch irgendwie das unsere war. Die Baseballschläge hatten gewissermaßen die Polizei ersetzt, das Gewaltmonopol. Es war auf jeden Einzelnen übergegangen. Und solange wir das in unserer Hand hatten, fanden wir das eigentlich auch ganz gut.